hallo in diesem video wieder einige antworten auf ihre fragen die es gelten die üblichen spielregeln finden sie in form eines videos auf unserem channel simper responsor die mails mit den fragen die schicken sie bitte an den channel simper video kann sein dass sie dort gesperrt sind als benutzer einfach eine freundschaftsanfrage stellen und dann wird die sperre aufgehoben dann können sie uns auch wieder eine mail zu schicken jetzt richtige frage kommt von user aachenboy95 das angriff auf ihn sein kaspersky meldet wohl einen angriff jetzt ist die frage was ist das hier für eine ip ich würde jetzt mal sagen es würde keinen sinn machen wenn das die ip des rechners ist der angegriffen wird das müsste oder das würde eigentlich nur sinn machen wenn das der angreifende rechner ist allerdings die 192 168 können sie bei wikipedia genauer nachschauen ist eine private ip das heißt das ist eine private ip die in ihrem netzwerk stehen sollte das heißt der angreifer steht in ihrem netzwerk insoweit ist die frage wie kommt er dahin wer soll das sein ist das ihr router der nur einen angriff weiterleitet dann wäre allerdings kaspersky nicht besonders clever in der analyse des angriffs weil er quasi den router erkennt und scheinbar nicht erkennt dass der router dass er dann nur weiterleitet deswegen da müsste man weitere informationen haben es sieht so aus als wenn der angriff aus ihrem netzwerk kommt und 162 ich sag jetzt mal die 1 am ende hier die indiziert dass es irgendeine art von router ist das wird oftmals so benutzt es geht natürlich auch anders aber ich würde mal sagen ein wlan router oder eben das modem aber einer aber trotzdem der angriff hier ist quatsch also wenn jetzt wenn sie jetzt nicht noch ein bot pc im lan haben man kann man kann nicht den router melden der router macht das nicht aus eigenen stücken er macht das nur für jemand anderen indem was weiterleitet und dann brauche ich die nummer von dem dahinter der sie angreift also entweder wenn sie wirklich aus dem lan angegriffen oder eben die software ist ein bisschen seltsam das eventuell mal versuchen zu konkretisieren was ist ihre ip wie ist die ip des routers haben sie einen wlan router der das hier benutzt und so weiter und so fort nächste frage kommt von sam noob 13 bezüglich impressum er hat eine webseite oder er oder er fragt halt braucht man für eine webseite die jetzt eben nur aus langeweile betrieben wird keine kommerziellen absichten und so weiter und sofort von darf man verlinken fremde seiten bla 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 ist jetzt die frage braucht man dafür ein impressum kann ich daraufhin ehrlich gesagt nicht sagen denn jeder definiert ja kommerzielle absichten anders das heißt ich werde ihnen hier jetzt nicht sagen sie brauchen keins und nachher werden sie dann abgemahnt weil sie dann halt doch eins brauchen oder auch wenn alle welt glaubt sie brauchen keins wenn der abmahner das anders sieht kann er sich auf jeden fall abmahnen und sie haben den stress dann dagegen vorzugehen insoweit ist es eigentlich fast immer zu raten aus auf nummer sicher zu gehen und einfach ein impressum reinzusetzen die einzige ausnahme wo man das ganz sicher sagen kann ist für die privat homepage wo nur ein paar bilder vom eigenen hamster sind oder ähnliche scherze das wo man wirklich sagt das interessiert wirklich gar keinen und derjenige der die seiten online stellt der will eigentlich auch nicht wirklich dass sie gesehen werden also abgesehen davon von den anderen hamstern fetischisten oder ähnliches und der punkt ist jetzt halt ist das ist ihre seite so eine seite wenn sie kommen wenn sie werbung drauf haben dann ja dann brauchen sie ein impressum das ist sicher das wird als kommerziell betrachtet auch wenn sie sagen die werbung soll ja nur die server kosten decken das egal wenn es darum geht dass die geschichte erfolg haben soll und egal wie sie erfolg wie sie erfolg definieren dann ist ein impressum ganz wichtig denn ich soweit ich weiß ich habe den gesetz des textes nicht genau im kopf aber ich glaube da steht drin wenn sie am geschäftsverkehr teilnehmen wollen das heißt nicht dass sie ein geschäft haben oder so ähnlich sondern das heißt einfach nur sie wollen mit den anderen webseiten mitspielen sie wollen eventuell bei google aufgelistet werden und wahrscheinlich da ja komm ich will ja ganz oben landen weil ich will hier das hamsterblock nummer eins haben und solche solche scherze das bedeutet sie nehmen am geschäftsverkehr teil genauso wie man am straßenverkehr teilnehmen kann das macht man auch schon als fußgänger und so weiter da muss man nicht ein auto für haben und immer dann braucht man halt ein impressum die strafen weiß ich auch nicht habe ich mich jetzt auch noch nicht mit befasst weil ich da nicht vorhabe gegen zu verstoßen oder ähnliches steht aber im telekommunikationsgesetz da steht drin welche daten sie alle raus rücken müssen wenn sie dagegen verstoßen ich schätze mal keine ahnung die übliche strafe sind wahrscheinlich 100.000 euro oder drei jahre oder so ähnlich aber die wird es wahrscheinlich kaum geben die strafen sind bestimmt wesentlich niedriger aber die frage ist nur ist es das wert abgesehen davon der staat wird sie bestimmt nicht verklagen sondern wer sie verklagt sind andere die das dann halt sehen abmahn anwälte oder solche scherze deswegen das würde ich jetzt nicht auf die leichte schulter nehmen was passiert wenn ich nur ungenaue angaben oder falsche angaben oder unvollständige angaben mache genau das gleiche als wenn sie gar keine annahmen wenn also da irgendwo gesehen wird von wegen aha guck mal hier da die und die angabe fehlt zack abgemahnt dass das gibt es am tag tausend mal deswegen da können sie auch besser gar keine daten einlegen aber selbst wenn sie dann abgemahnt werden müssen sie die daten trotzdem drauf packen insoweit ist es wahrscheinlich sinnvoller einfach zu sagen ich setze es einfach drauf worldworm fragt anbezüglich transformation pack für windows 7 auf windows vista die frage haben wir schon mal von der ewigkeit gestellt bekommen jetzt ist zum zweiten mal natürlich nicht von ihm sondern von jemand anderem und nein wir wissen da nichts von können wir leider nichts zu sagen wir haben ein transformation pack für für xp auf in 7 auf windows vista vorgestellt glaube ich und vielleicht auch auf windows 7 weil das ist eigentlich jetzt mal so das was allgemein hin als verbesserung anerkannt wird in der grafischen benutzer oberfläche von 7 auf vista zurück wüsste ich nicht geht aber bestimmt aber wir haben es nicht vorgestellt tom 97 clip fragt an bezüglich exe.com ich möchte sie auf eine seite aufmerksam machen exe.com und sie klaut videos von youtube sogar meine und ich habe sehr wenige klicks machen sie doch mal ein video darüber ist derzeit noch nicht geplant wir haben die seite allerdings sage ich jetzt mal auf dem radar haben uns das angeschaut ist richtig die nehmen die die videos wirklich darunter ich habe ursprünglich mal gedacht wir haben die frage schon zwei drei mal bekommen beim ersten mal hatte ich gesagt gut die werden das einbinden oder so ähnlich aber nein es sieht wirklich so aus die binden das nicht ein das ist auf deren server runtergeladen worden und auch scheinbar alle unsere videos und auch scheinbar ziemlich zeitnah also ich glaube das neueste video was wir auf youtube haben oder nicht ganz das neueste aber auf jeden fall dieses klick so ein video zum beispiel ich glaube das ist nicht mal eine woche alt das haben sie also auch schon darauf also das haben wir auch schon gesehen zu meiner überraschung kommt die geschichte aus deutschland also impressum fehlt er auch ich weiß nicht wer da jetzt unbedingt mit vollgas gegen die wand fahren will wundert mich auch also wir schauen uns das wir schauen uns das noch was genauer an haben wir hier mal intern abgesprochen aber die seite ist noch nicht zu alt ich glaube die ist erst von november aber wenn das sich da fortsetzt der trend dann werden wir wahrscheinlich da auch mal eine freundliche mail hinschicken allerdings nicht wirklich freundlich dass wir einfach sagen dass wir damit nicht einverstanden sind und wir möchten diese bitten die betreiber die videos dann da einfach runter zu nehmen bis jetzt sind natürlich noch planlos erfolglos mit ihrer seite weil halt im november gestartet aber werden da auch jetzt nicht so viel spaß daran haben in die da sage ich jetzt mal die schalten die werbung daneben und youtube beteiligt uns mit 50 prozent dran und die beteiligen uns nicht ist dann auch nicht so ganz prickel deswegen wundert mich dass also dass diese ip in deutschland zugelassen wurde kann natürlich sein dass der zugelassene danach irgendwie auf den cayman inseln sitzt das wäre dann immer noch möglich ansonsten wundert mich das dass man sowas in deutsch betreibt und dann nicht mal ein impressum darauf setzt also schon okay aber wenn man dagegen vorgehen will kriegt man die da innerhalb von kürzester zeit platt es sei denn natürlich wie schon gesagt da ist nicht eine firma in deutschland eingetragen dass irgendwie eine russische gbr ist oder sonst was wo man dann da nicht mehr weiter kommt aber ja derzeit ist da noch kein video zu geplant wir wollen uns das erstmal anschauen plutonium nitritium fragt an letzte frage er hat mehrere rechner im haushalt und an einem windows pc steht ein drucker der ist da angeschlossen ich nehme jetzt mal an direkt usb und dann gibt es einen ubuntu pc der steht auf einer anderen etage und der hat keinen drucker und jetzt möchte der ubuntu pc auf den drucker zugreifen und es gibt die drucker freigabe aber richtig wie wollen sie das nicht haben wahrscheinlich haben sie die jetzt gerade schon denn er schreibt eben um zu drucken muss der xp rechner booten und das dauert ewig und deswegen ist das keine klemmere lösung was gibt es für bessere lösungen wenn jetzt mal neuer drucker kauf ist keine gute idee nehme ich jetzt mal an das wäre wahrscheinlich die teuerste variante und zwar sie kaufen sich einen netzwerk drucker der netzwerk drucker der wird genauso an das netzwerk an den hub angeschlossen wie die zwei pcs hat dann damit seine eigene ip und kann damit vom internet vom vom lan aus angesprochen werden von jedem rechner aus das ist die teuerste variante ich weiß nicht welchen drucker sie haben es gibt möglichkeiten drucker mit einem netzwerk interface nachträglich auszurüsten das ist wahrscheinlich nicht so teuer wie ein neuer drucker allerdings wahrscheinlich auch nicht richtig günstig ich würde es wahrscheinlich versuchen ich weiß aber nicht ob es absolut geht weil das jetzt ja auch so noch nicht umgesetzt haben aber es gibt ja ich sag jetzt mal usb ports die wiederum netzwerk fähig sind wo man quasi die einzelnen usb ports in diesem usb hub so entschuldigung nicht usb ports streichen sie das letzte ich meinte es gibt usb hubs wo sie dann eben 45 ports haben in einem hub sie stecken allerdings diesen usb hub nicht wieder selbst per usb irgendwo an das ist also einfach nur ein vervielfacher ist sondern dieser usb hub kann eine netzwerk hub oder einen switch angeschlossen werden und dann können sie diese vier usb ports über netzwerk ansprechen dann werden sie eventuell in der lage vorausgesetzt der drucker ist einigermaßen aktuell dann werden sie in der lage damit quasi ein netzwerk interface nachträglich zu installieren das würde ich jetzt mal als erstes versuchen das ist fast das gleiche was ich ursprünglich sagte bezüglich des den netzwerk den drucker netzwerk fähig zu machen aber auch nur fast wenn es vom original hersteller kommt dann ist das meistens wesentlich teurer und zwar teurer in form von 200 euro teuer so was gibt es für hp drucker da habe ich mich mal vor sieben oder acht jahren da wollte ich mal so was haben dass wir einen hp drucker nachträglich netzwerk fähig machen konnten da war er aber nicht per usb angeschlossen da war usb noch in den kinderschuhen im großen ganzen und da gab es noch diese richtige serielle schnittstelle und dann hat man dieses kabel von der seriellen schnittstelle hat man woanders eingesteckt am ende war man halt auch weil das alles von hp kommen musste war es halt relativ teuer nicht weil von hp alles teuer ist sondern halt diese nachträgliche lösung die ist halt eben genau die 200 euro glaube ich teurer gewesen die der drucker 200 euro teurer gewesen wäre wenn man denselben drucker direkt als netzwerk drucker gekauft hätte hätte der drucker irgendwie 17 800 euro gekostet das war damals ein ziemlich teures teil egal ja und jetzt heute wo sowieso alles über usb läuft würde ich wahrscheinlich versuchen ob es eine art drucker usb hub gibt irgendwie sowas ich schätze mal da gibt es ein paar intelligente lösungen da sind wahrscheinlich mit 60 70 euro dabei und ich schätze mal das sollte schon das sollte schon funktionieren ansonsten sonst ist mir nichts ein ok